Was ist wirklich nötig? Dieser abgedroschene Satz zum nächsten Mal Der Scheinem hier wirklich was bringt Und höchstens noch zum Billig-Small-Torn reicht Hab keine Schuhe an Und laufe barfuß über Splitz an Glanz Durch Sonngunst und Neid produziert Lenkt ab von Wirklichkeit und Angst Das alles dann grell auf mich projiziert Voll im Mund, gleich vier Klub Und diese Rechnung hab ich kapiert Wenn das hier dein Weg ist Geht meiner genau umgekehrt Wenn das dein Erfolg ist Dann bleib ich sehr gern erfolglos Campfire-Mangra Zu den Laugen nie gehört Und lange vor der Welle angefangen Ja, meistens sind die Wogen glatt Und trotzdem ist nie Flaute eingekehrt Ich weiß gut wie ihr Dass coole Typen anders aussehen Und ganz genau deshalb dieses Lied Weil wichtig ist, was drinsteckt und nicht drauf Falls du bist, was drinsteckt und nicht drauf Wenn das hier dein Weg ist Wenn das dein Weg ist Dann bleib' ich sehr gern erfolglos, Champfire-Pangra. Ein kleiner Auszug aus meinen Gedanken, zum Lattenmessen als Alltagsgeschäft. Und wir wollen doch alle in diesem Stroh nicht untergehen, doch Existenzialismus scheint Auslegungssache, the way I see the world. Wenn das hier dein Weg ist, geht meiner genau ungekehrt ab. Wenn das dein Erfolg ist, dann bleib' ich sehr gern erfolglos. Mit meinem Campfire-Pangra. Bravo! Dankeschön!